es ist immer noch nicht so ein Auto ich soll das Auto was ich wollte und die Wahrheit wo ist denn Newport Scheinertown Richtung Norden nach Newport sie uns im Fuß das Kartei oder ein Jürgen Klau einen Jürgen Wagenfahrt nach Norden Jadis die Mafiosis ich will jetzt nur ein Mafia-Auto oh ja 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 Leute Leute sind spätestens bei Salvatore am Haus müssen wir ein Mafia-Auto finden Hot-Land-Beef Trinken aufs Ach Leute doch nur ein boss umgebracht ein grund auf mich zu schießen macht ja nicht richtige auto war jetzt fast erwarten aber heute mal probieren oder wie es ist und für mich ein hafengebiet auch gut die Leute, wo ist Newport? Wir waren jetzt schon Richtung Norden dann fahren wir nochmal durch den Tunnel und sonst wäre ich gleich mal googeln müssen wo Newport ist kann ich den Newport nicht finden Mal Richtung Norden hat er gesagt Oh! Wir sind jetzt auf einmal explodiert Okay Lass uns erst mal wieder Stadt wechseln Ab über die Brücke muss der gleiche Vormut sein Oh, alle schießen auf uns hier in der Stadt Oh, so wirklich jeder scheint ja was gegen uns zu haben So, wieder ab zum großen K Ja Oh, man, man, man Kann nicht sein, bitte Die Mission schon daran scheitert, dass wir überhaupt erstmal jemanden finden sollen beziehungsweise wir auch schon wieder keine Wachen mehr haben Und natürlich Cheetah fahren, wenn wir die Wahl haben So So Wir fahren jetzt erstmal Armonation Ähm, bin mir grad nicht sicher Ne, da war es nicht Ne Ne Ach, erst erst jetzt zum Newport zum Armonation schon wieder Eine markierbare Minikurbel in den nächsten Teilen wird dann schon echt hilfreich sein Von rechts Weil mein Telefon wo sich hin bemüht Meine Signale haben wir jetzt einfach mal ganz gekonnt So, bisschen was von der, bisschen was von der Ja Schutzwestern haben sie leider noch keine Äh, wir nehmen auch mal Zweimal Scharfschützen gewärmet würde ich sagen Oh, mein Die Jena Jei Jei Manche würden über 35.000 die Werte bezahlt haben 35.000 Jetzt bei der Mission Sterben, kaufen wir das gleich alles nochmal oh mann so aber nachdem ich mich so angenommen wird ganz schnell schauen so hat schon weiter die so newport so das hatte ich jetzt erst mal ganz kurz um und das team läuft natürlich weiter aber ich kann schnell mal der google anschmeißen so gta 3 aber die gta 3 und die stadtnamen und natürlich mit stadtnamen google hier sind die stadtnamen aufgeteilt sehr schön so haben wir schauen scheine tauchen das ist die erste stadt newport ist auf der zweiten insel also auf der wo wir sind anstiegen direkt am haus also wo akusa war wir suchen dort ewig ewig fahren wir irgendwo dagegen rum es ist ganz in der nähe wo man da ist dankeschön nein das kann ja nicht sein newport hier steht es noch newport oh mein gott oh mein gott oh und was fahren jetzt für gangautos rum das ist die stadtnamen und was für autos hat die die stadtnamen und was für autos hat die die stadtnamen und was für autos hat die stadtnamen und was für autos hat die die stadtnamen und was für autos hat die stadtnamen und was für autos hat die er wird er wirklich in der haus schuhe aufs mal einsteigen krankenhaus parkplatz gleiche vorne rechts nichts die einfahrt finden vielleicht trotzdem besser gewesen die doch noch zu reparieren bei von da Andere anderen Gang haben wir hier. Ah, bloß zwei Leute. So, wo die Autos klauen, ach, wir sollen die. Zerstören, nehme ich an. Wir haben Kanaten gekauft. Ich hab keine Kanaten gekauft, dass man sich doof wird. Jetzt wollen wir diese Ente mal brauchen, aber sie nicht gekauft. steig einmal voll die aktentasche wieder oder die schröpfe auto was ganzes in dem fall dass sie uns unterwegs mit der handballern gestattet und stört mich wir hierzu nicht ganz unbedingt gewundert den gar nicht stört ja genau das war ich Blöden Gangster sauber ins Casino hier so schön auf dem Parkplatz herunter 25.000 nicht so der Mega Deal gewesen aber wohl vielleicht mal 1 2 Mission ohne Sterben schaffen schon vielleicht mal wieder über 200.000 also da haben wir jetzt so gut wie 200.000 aber wir waren ja schon mal fast bei 300 eigentlich wenn man dann halt eine Mission 1 2 mal stirbt so gar nicht so weit fahren geht das ganz schön ins Geld muss ich mal sagen die Gang die Gang zu be truly strong it is important that you never saw weakness the businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today go and collect the money immediately so we can enter it into the casino accounts dann komm auf dann wir werden dann wir werden entprich nicht es wir werden hier Ja. Get out of the way! I think you got good money. Stop! Burn the grass! I can't pay you, and I wouldn't pay you if I could! Some young gang just dragged up the place! They took everything! You guys are useless! What kind of Yakuza are you anyway? Cut! Give me a great boat! Cut! Get you real! Huh? Get out of the way! We've gotta go! Wait. Hees two! C label! Get beaten. Huh? Okay? Yeah, let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020